Hallo meine Lieben, wir sind hier am Naschmarkt, und zwar vor dem Café Savoy. Hier habe ich etwas sehr Tolles entdeckt. Eine neue, oder für mich, neue Glocke für Rollifahrer. Und jetzt machen wir einen ganz schnellen, einen meiner Quick and Dirty Accessibility Checks. Ich drück einfach mal die Glocke, und wir schauen, was passiert. Mabacher TV. Noch einmal weit rauskommen, der hat sich ruhig ein wenig zu bekommen. Ich habe jetzt dreimal die Glocke gedrückt, mal schauen, ob wer rauskommt. Und vor allem würde ich gerne wissen, was kann die Glocke? Also was passiert jetzt? Mal schauen. Mal schauen. acciónen tournaments an Es hat den Anfang des Jobs drinnen keiner mitbekommen hat, ich probiere es mal. Hallo, die Tochter, was passiert? Sie kommen raus. Ja. Dann weiß ich nicht. Brauchst du sicher oder was? Kommt du da rein? Ja, bitte. Gibt es da behinderliche Toilette? Nein, also normales Toilette. Okay, und die Klasse ist jetzt frei. Warum? Weiß ich nicht. Frag mich nicht. Es ist ein Konto. Ich weiß nicht, wann drückst du dich von der Autentür. Ja, liebe Savoy-Chefs. Danke für die Glocke. Ihr habt keine Ahnung. Genauso wenig wie die Kellner. Warum es die gibt, sollte das der Versuch sein, das Lokal barrierefrei zu gestalten, muss ich sagen, es ist ein Versuch, aber ein sehr kleiner und ein sehr sinnloser, ehrlich gesagt. Aber wir können gerne mal drüber reden, was man machen kann. Meldet euch einfach bei mir. Bis dahin, giert euch!